So, junger Mann, nun setzen Sie mal hier hin und zeigen Sie mal, was Ihnen fehlt. Ach, Herr Doktor, mir fehlt ja gar nichts. Im Gegenteil, ich habe was. Ich habe so irgerliche Zahnschmerzen. Ich halte nicht mehr aus. So, nun öffnen Sie mal den Mund. Jawohl. Rechts weit, rechts weit. Jawohl, jawohl. So, so. Na, wo haben Sie denn Ihr Wehwehchen? Hier, hier hinten, Herr Doktor. Hier hinten, gar ganz vorne. Hier, hier. Ja, ich sehe schon, da hinten. Ja, ich habe hier im hintersten Backzahn ein Loch, das muss plombiert werden. Ach, plombieren hat keinen Zweck mehr. Der muss raus. Ich will mal gleich die Kneippsfange holen. Ach, Herr Doktor, das tut doch nicht weh. Nö. So, nun bitte ruhig. Machen Sie mal den Mund weit auf. So. Ach, Herr Doktor, ach, ach, ach. Ach, immer Ruhe, Ruhe. Ach, ach, Doktor! Ach, 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 ach! Ach, Gott, der ist doch der Erfreude! So, da ist er ja. Na, wie kann denn ein Mann so sein? Nun nehmen Sie mal ein bisschen Wasser und dann spülen Sie den Mund ordentlich an. Fein! 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 Ach, Herr Doktor, ich habe aber noch so zürich zerlegen Zahnschmerzen. Na, wie ist denn das möglich? Ach, da habe ich ja den falschen Zahn ausgezogen. Ach, Herr Doktor, dann sinken Sie schnell wieder rein, ja? Ha, na, das geht aber nicht. So, junger Mann, nur Ruhe, Ruhe. Es soll Ihnen ja nicht mehr folgen. Ja, jawohl, Herr Doktor. Also ruhig, ruhig, so. Ach, 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 ach! Ach, 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 ach! Ach, aber wer wird denn weinen, wenn man sich im Zahn ziehen lässt? So, jünger Mann, da haben Sie den richtigen. Entschuldigen Sie bitte noch mal ordentlich mit Wasser. Kein! Kein! Wie lange hatten Sie? Schon die Zahnschmerzen. Sein ersten Apfel. Na, das ist ja gerade die Zielzeit. Also, wenn Sie wieder mal was gebrauchen, auf Wiedersehen. Dann sollen wir einfach blüten, sei der Doktor angeht. Gleichfalls auf Wiedersehen.